Sarah Engels postete ein romantisches Video von sich und ihrem Mann Julian Engels. Die Eheleute genießen den Sonnenuntergang auf Zypern. In der Abendstunde kuscheln und knutschen sie vor laufender Kamera. Doch das Video kommt nicht bei allen Fans gut an. Unter den Post schreibt Sarah ihre Definition einer glücklichen Ehe. Eine glückliche Ehe bedeutet nicht nur, sich gegenseitig fallen lassen zu können. Eine glückliche Ehe bedeutet auch, dass man einander immer respektiert und Beachtung schenkt und gemeinsam dafür arbeitet. So die The Masked Singer Gewinnerin. Und weiter? Das Leben zieht so schnell an uns vorbei und Glück ist nichts, was das Leben einem schenkt. Glück ist das, was du aus jedem einzelnen Tag machst. Doch so manche Fans kritisieren das Video. Schade, dass es sehr gestellt aussieht. Dadurch, dass permanent in solch wunderbaren Situationen die Kamera irgendwo läuft, schreibt eine Userin. Auch sei sie zu häufig unterwegs. Diese Familie kommt doch einfach gar nicht zur Ruhe. Ständig unterwegs. Sind die denn mal einen Monat am Stück zu Hause? Kennt diese Ehe auch mal sowas wie einen Alltag? kritisiert eine Nutzerin. Auch das Setting sehen Follower als kritisch an. Sie zweifeln die Vorbildfunktion der 30-Jährigen an. Würdest du, liebe Sarah, es gut finden, wenn Alessio oder Solea sich wegen eines Videos oder Fotos in Gefahr bringen würden? Ich denke nicht. Oder Mit Vorbildwirkung für jüngere Leute finde ich den Drehort unpassend, kommentieren User. Das ist ja sehr gut. Das ist ja crowbar. Untertitelung des ZDF, 2020